Nein, das ist nicht irgendein Mallorca-Urlaubsvideo, sondern Sam Allardyce in Action. Der neue Coach der englischen Nationalmannschaft feierte auf Marbella diese Berufung wohl schon mal vor. Ein Spaßvogel vor dem Herrn. Fünf Premier League-Clubs trainierte Allardyce vorher, die größte Stärke des 61-Jährigen, über die er aktuell bei seiner Vorstellung sprach, verwundert kaum. Meine größte Stärke ist den Spielern dabei zu helfen, Spaß zu haben und besser zu werden. Bislang hat das überall funktioniert, wo ich bisher gearbeitet habe. Daher hoffe ich, das klappt auch als Nationalcoach. Es ist wohl zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal interviewt wurde. Hier zu sitzen ist aufregend für mich. Ich glaube, ich passe in diesen Stuhl oder zumindest hoffe ich das. Spaß dürften Rooney und Co. mit diesem Mann auf jeden Fall haben. Keine ganz schlechte Voraussetzung, um den Erfolg in Fußball-England zurückzubringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.